Ja, liebe YouTube-Freunde, alte Schule, Gruppen mit dem Samen Leopard. Da ist eine über die Gruppe der Damen ein gepflügtes Feld, hier sollen Kürbis gepflatzt Die Geschwindigkeit ist, unten ist noch ziemlich nass, ich glaube Gruppen da nur flach, aber gleichwohl nimmt es da mir viel nasse Erde auf. Aber es hat so viel Unkraut, da muss einmal rüber gefahren werden, unbedingt. Danke.